Ja, ich hoffe ja, dass ich da nicht allein bleib. Also in dem Sinn von, dass ihr die flankiert dann, dass wir gemeinsam auf sie schießen. Leute, ich bin doch nicht im Gefecht. Oh, das hätte ich gebraucht. Ich hab jetzt gerade nach Bordmus kurz gesucht. Dann ist aber Java. Ja, ich bin dran. Wäre jetzt ganz nett, ja. Dann, wenn das nächste Mal, dann bitte, äh... Kein Ding wasper. Schreiben oder dich bereit drücken, dann kann ich auch nicht starten. Ah ja. Oder wenn du mal weggehst und sagst, ich bin jetzt AFK oder so, du steckst dann aus der See, bist im Spiel drinnen und bist eigentlich gar nicht da, ne? Wäre ja schon blöd. Ja, das war ja nur eine leichte... Ja, ja. Warum haben wir einen Sechster vor Kameraden? Ich habe probiert den Gang. Achso, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin morgen jetzt ja, kommt vor dem Faktor, sind wir im Faktor klein? Nein Leute, ich kann fahren. Juri, du kommst nicht so ein weiteres an mich dran. Ach, fahr mehr... Ich fahre jetzt mal mehr Richtung Stadt. Teddy komm mal bitte mit mir mit. Der Fuego ist bei mir abgeprallt. Kommst du bitte da zurück mit deinem Leichten? Ja, ich bin... Traum. Passe ich wieder auf, was meine anderen Spieler machen? Willst du flankieren, Berdix? Ja. Ja, ich flankier von der anderen Seite. Die Heavis werden wahrscheinlich durch die Stadt fahren. Oder sie kommen uns gleich entgegen, dann sind wir ganz schnell platt. Leider Monty versprüht seinen Zauber. Monty hat einen Zauber. Achtung, wir nehmen erstmal den hier. Zauber, Hecate. Na, ich habe meine Ruhe nach oben gezogen. Achtwuchtiger kommt zu mir. Ich habe schon geschossen. Achso, jetzt bin ich hier gerade gar nicht bei dir. Ich glaube, die kriegst du auch. Wenn er draußen oder eine MT ist, dann rück ich besser in die Stadt vor zu unseren Heavis. Wir gehen zum Motor. 5-1, mal den Motor raus, Schosse. Juhi ist links von uns. Oh, scheiße, oh, scheiße. Fahren wir zurück zur Base? Wenn, fahren wir zurück zur Base, dann bleiben wir. Ja, ja, wir fahren zurück zur Base. Machen wir zurück zur Base, ich fahre hier hin. Nein, 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 nein. Das heißt zurück zur Base. Die anderen fahren zurück zur Base. Wir bleiben hier. Wir sind viel zu langsam wie die Base. Na gut. Mach doch keine Gedanken um die Base zurück. Weil die Base auch gespottet ist. Oder trinkst du? Der Fury fährt hinten raus. Nee, leider nicht mehr. Dann liegt jetzt mal vorne. Ich häng fest, nein. Der Fury fährt uns gar nicht auf den Arsch. Scheiße, Scheng fest. Oh, nicht so schnell. Den vorderen. We bring death to our allies. Der auf mich schießt. Weil wir sind so schnell. Ich fahre nach oben in die Base. Bei denen. Haben die eine komische Taktik? Das war die andere Beine bei euch. Leichenschuss. Wo ist das? Abenteuer 25. Noch der letzte. Ich habe wenigstens noch die Cap Points mit. Der fährt direkt mitten in euch rein. Wie geil ist das denn hier drauf? Alter. Hey, das Westenest. Ich...